Das Team der zentralen Studienberatung und Orientierung ist montags bis freitags täglich erreichbar. Die meisten Anfragen erhalten wir per Mail und antworten in der Regel innerhalb von einem Tag. Wir bieten dazu offene Telefonsprechstunden immer dienstags von 14 bis 16 Uhr. Persönliche Gespräche per Video, Telefon oder auch in Präsenz können online gebucht werden. Der einfachste Weg, uns zu kontaktieren, ist über unsere Mailadresse. Die Präsenzberatungen der ZSB finden im Karo 5 im ersten Stock in den Räumen 102 und 103 statt. Derzeit ist hier eine Terminbuchung notwendig, aber im Laufe des Sommersemesters möchten wir auch wieder offene Präsenzsprechstunden anbieten. Wir verstehen uns als Lotsen bei der Lösungsfindung. Wir helfen ratsuchenden Studierenden, ihr Problem zu analysieren und eigenständig Lösungen zu finden. Die Fragen sind so vielfältig wie das Leben. Von wo finde ich Informationen zu meiner Lehrveranstaltung über Prüfungsängste, familiäre Probleme, die das Studium beeinflussen, Studienzweifel, nicht bestandene Trittprüfungen und daraus resultierende Neuorientierungen sind dies nur ein Teil von den Themen, die wir mit den Ratsuchenden bearbeiten. Wir klären jährlich durchschnittlich über 2500 Anfragen. Während der Pandemie 2020 hatten wir einen Anstieg von 30 Prozent bei den Beratungsanfragen. Selbst 2021 mit zunehmender Öffnung erreichten uns immer noch 10 Prozent mehr Anfragen. Spezifische Probleme, die durch die lange soziale Isolation entstanden sind, waren dabei häufig vertreten. Wir haben aber die Befürchtung, dass viele Studierende die Beratungsangebote nicht kennen oder sich nicht trauen, diese zu nutzen. Deshalb möchte ich hier alle ermutigen, bei Fragen und Problemen das Team der zentralen Studienberatung und Orientierung zu kontaktieren. Wir haben ein offenes Ohr, wir helfen gerne. Die Beratungen sind vertraulich und auf Wunsch auch anonym. Die ZSB musste innerhalb von sehr kurzer Zeit ihre Präsenzberatungstätigkeiten in den digitalen Raum überführen. Wir mussten neben den technischen Bedingungen auch die Art der Gesprächsführung anpassen. Erfreulicherweise hat sich gezeigt, dass wir dadurch langfristig ein zusätzliches Angebot schaffen konnten, das einige Studierende sehr gerne annehmen. Wir werden zukünftig unsere Beratungsangebote sowohl in Präsenz als auch digital anbieten, sodass alle Ratsuchenden ein für sie passendes Angebot auswählen können. Wir planen, ein digitales Coaching aufzubauen, das alle Studierende nutzen können, um gut ins Studium zu starten und erfolgreich zu studieren. Zusammen mit der Hochschule Darmstadt erarbeiten wir eine hochschulübergreifende Studienorientierung sowie Angebote in der Studieneingangsphase. Ziel ist es, den passenden Studiengang, aber auch den passenden Studienort frühzeitig zu finden.